Du wirst wahrscheinlich vom Sprint jetzt nicht so viel gesehen haben, aber erklär uns mal, wie seid ihr reingegangen heute in die Etappe und vor allen Dingen mit dem Finale? Wir wussten natürlich, dass es eigentlich heute zum Sprint kommen muss. Alle waren so ein bisschen fokussiert, weil sie wussten es nicht schwer genug, um da irgendwas zu machen. Und dann war unser Plan, eine kleine Gruppe wegzulassen. Das hat uns ganz gut geblungen. Und zwischenzeitlich gab es dann ein bisschen Chaos im Feld, weil dann die Zeichen irgendwie ein bisschen chaotisch waren, weil auf einmal das 20-Kilometer-Schild stand und wir aber eigentlich noch 40 Kilometer hatten. Und da war natürlich ein bisschen Stress bei den Autos, bei den sportlichen Leitern und uns, aber es waren wohl nur die Zeichen ein bisschen falsch. Und ja, unser Plan war im Endeffekt, na klar, alles für Aki. Und wir wollten natürlich nicht zu früh vorne sein. Wir haben natürlich gewusst, okay, wir müssen um den großen Kreisverkehr schon weit vorne sein, weil es natürlich dann echt schnell wird hinten raus und einfach nur eine Reihe ist. Und das ist uns ganz gut gelungen. Ich glaube, wir sind dann mit Chili, Rudi und mir eigentlich noch alle gut zusammen, so wie der Plan war. Davor ist halt Pete und Conny ganz gut gefahren vorne, dass wir schönes Loch zugemacht haben, auch wo der Luke Rowe nochmal attackiert ist, wo er ticket hat. Und ja, dann fahre ich quasi auf der 1.000-Meter-Marke bis 500, Rudi den Rest und dann weiß ich nicht mehr viel vom Sprint. Die Situation als Luke Rowe, also Sky lässt die Lücke aufgehen und Rowe fährt los, wart ihr da im Moment ein bisschen überrascht oder es war relativ weit? Ja, also besonders, weil wir sind natürlich davor ordentlich von vorne gefahren und wir dachten, okay, vielleicht wollen wir es einfach schnell machen, damit es hinten ein bisschen Probleme gibt. Und nach einer Kurve hören wir auf einmal auf zu treten und der Luke Rowe attackiert quasi. Aber wir waren natürlich zum Glück direkt hinten und konnten gleich reagieren. Dadurch hat er zum Glück im Endeffekt zum Schluss nicht wirklich die Chance, da wegzukommen. Und war dann zum Glück gut kontrolliert einfach. Danke. Bitte, bitte. Also erste...